Auch das Gesellschaftsspiel ist ein Kulturgut. Die Stadtbibliothek unterstrich dies mit dem Aktionstag Stadt-Land spielt. Dieser Tag fand gleichzeitig an mehr als 140 Standorten im deutschsprachigen Raum statt. In der Kinderbibliothek gab es neue Gesellschafts- und Brettspiele zu entdecken. Spielfreudiger konnten mit der Teilnahme am Hanabi-Benefiz-Turnier außerdem einen guten Zweck verfolgen. Beim Kartenspiel Hanabi gibt es nur Gewinner. Fünf Personen arbeiten als Spielpartner zusammen und tauschen sich aus. So entsteht ein farbenprächtiges, sprühendes Bild. Hanabi auf Japanisch, das Blumenfeuer. Besondere Gäste waren Kinder und Jugendliche des Vereins Toleranz, Lernen und Leben e.V. Der Erlös des Benefiz-Spiels in Form von aktuellen Gesellschaftsspielen kommt in diesem Jahr dem Verein Toll e.V. zu.